Wenn wir Definitionen vorher waren, hier haben wir Expeditionen definieren lassen, würde ich mir gerne mal das Thema Luxus von dir definieren lassen. Luxus? Ja. Ja, Luxus ist ja ein ganz breiter Begriff und ich glaube, wenn wir hier in die Runde unser 100 Gäste fragen würden, könnte ich mir vorstellen, dass wir mindestens 95 verschiedene Interpretationen und Antworten zum Thema Luxus haben. Aber wie interpretiert ihr es? Für mich persönlich ist das Thema Luxus einfach das zu tun, was ich möchte.